Oh, Junge, es gibt mal wieder ein neues Iratsch-Video. Ja, komm, Shit. Was ist doch mal eine Idee. Ja, es ist halt können. Oder diese eine Folge mit dem, wo die sich im Game geküsst haben und so, das war eh nicht mehr. Hier rauf. Achso, nee, weil mir hat jemand gerade irgendwie in die Richtung... Da oben ist der Hauptbahnhof, da ist der Berliner Platz. Entschuldigung? Ja, also da oben, ob du jetzt hier runter gehst und dann rechts oder die ganze Zeit hoch, ist da der Hauptbahnhof. Ist ein bisschen, äh, also ist ein kleines Stück, ich hab's nicht übrig. Was gab's da nicht zu verstehen, ihr Weiber? Das ist ja wunderbar für Martin. Na, hör mal! Das ist doch, äh, Wehrstraße fährt er, oder? Wo? Wehrstraße? Was? Oh, aber ich muss zu Wohstraße. Also, die Wohstraße. Fährt er da rüber? Die Waschstraße, haben die gefragt? Nee, Wachstraße? Nein, Was? Oder wie jetzt? Wie Straße? Also, der fährt zu Wehrstraße. Wehrstraße, ja. Wo wollen die? Eigentlich zur Waschstraße, aber am liebsten über die Wie-Straße. Nein, da passt ja gar nicht. Wieso, Straße? Fahrt Wehrstraße, ne? Ach so. Ich dachte jetzt, dass er irgendwie, warum auch immer, So nett, der Postfahrheim, ja? Ich war, aber man weiß nicht, wer. Nee, nee. Entschuldigung? Ja? Das ist jetzt gerade, die hier jetzt gerade laut ge- Oh, gesagt haben. Ja? Ja, das ist viel zu laut gewesen. Ich stand richtig weit weg und ich hab das gehört. Und das hat mich auch gestört. Ich wollte in Ruhe auf der Bank sitzen. Und dann hör ich, oh, oh, oh. Weiß, du hast gerade am Spaß? No, hör mal! Wir können schnell ein Bild machen. Haben die mich angesprochen? Ja. Was denn? Ich wollte mir ein Bild machen können. Entschuldigung? Ein Bild machen. Warum sollte ich mit dem Bild machen? Entschuldigung? Ich glaube, wir sind berühmt oder so. Entschuldigung? Okay. Ich hab eine Freundin, okay? Der Limbecker Platz? Der war früh aufgegeben. Rathausgalerie? Was? Rathausgalerie? Rathausgalerie? Das ist aber ein Unterschied. Ach so. Rathausgalerie? Ach so, mir würde gesagt, dass... Die nächste, dann geht es auf der rechten Seite. Ja, Kirsten heißt von Irak. Die, äh... Rechte Seite, okay. Moment mal jetzt. Nein, nein, nein. Moment mal. Papa? Hä? Papa? Nein. Er macht es wieder. Er macht es wieder. Papa, bist du es? Nein, 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 nein. Okay. Sorry, jetzt war ich ganz raus. Äh, gerade außen am rechts war das. Genau. Super, danke. Du kannst gar nicht fassen. Junge, wo ist sein Hals? Wo ist sein Hals? Wo ist sein Hals? Oh, mein Gott. Oh, nein, nein. Es ist etwas 1 Kilometer. Aber bitte check es in Brugan. Entschuldigung? Limp Checker ist in Mall. Limp Mecker Platz. Oh, nein. Du kannst du jemanden checken. Geht's noch? Sorry. Ich habe eine Freundin. Ja, du kannst du jemanden checken. Sorry, Portman. Ich schwöre, iras müsste der Schauspieler werden. Der Schauspieler ist das so gut, ne? Entschuldigung. Diese Gesichtsausdrücke auch. Sorry, Portman. I have a girlfriend. Okay, you, let's check it out. Du bist ja von YouTube, ne? Ja, ja. Darf ich mal ein Foto machen? Ja, okay. Ja, warte. So eine kurze Frage. Bis Sie will ich zum Hauptbahnhof kommen? Ja, einfach hier raus und dann die Straße hochladen. Hier und dann direkt links. Entschuldigung? Geht's noch? Ich habe eine Freundin, okay? Nur, ja, gerade gehen und direkt. Gerade gehen? Ja. Ich kann aber nur ein bisschen auch so schräg gehe ich meistens. So. Kleiner Witz. Entschuldigung? Ja, die Hauptbahnhof. Ja, die Hauptbahnhof. Genau. Ja. Hier und dieses Entschuldigung? Ja, da. Dann gerne nach rechts gehen. Nur gerade gehen. Und direkt. Ich kann nicht gerade gehen. Ich gehe immer so ein bisschen so. Dann kann ich helfen. Okay. Entschuldigung? Ich wollte doch nur zum Hauptbahnhof. Hab ich doch gescheit. Junge, die Arme, man. Ja? Sorry. Okay, wow. Weißt du, warum man mit NordVPN bei Reisen richtig Geld sparen kann? Zum Beispiel durch günstige... Bild geskript, Bruder. Ab anderen VPN-Partner. Ich hab da eine Frage. Ja. Wo hast du diese schicke Tasche her? Achso, die ist von... Die ist super. Die ist so Papieroptik, richtig? Kann ich einmal anfassen? Äh, nein. Nein, nur anfassen. Ich hab da ein paar Wertsachen. Ich fühle mich gerade nicht sicher. Na, ich kann euch auch einen empfehlen. Chat. Wenn ihr euch denkt, meine Fresse. Ich weiß einfach nicht, wie ich Fußball umsonst gucken kann. Dann Ausrufezeichen CyberGhost VPN. Abchecken, Standort ändern, in ein anderes Land gehen, wo man teilweise Spiele umsonst gucken kann. Und rein damit. Oder Serien. Oder Filme, die es bei uns nicht gibt. Sichere im Internet surfen. Alles drum und dran. Ich fühle mich auch nicht sicher. Ich kauf's mir gleich dreimal. Weil ich hab vergessen abzuschließen zu Hause. Ich denk die ganze Zeit daran. Hab ich abgeschlossen. Ah, der bestellt. Wow. Die Spülmaschine läuft, die ist Hochwasser, läuft das ganze Wasser über in meinem Zuhause. Und ich komm nach Hause und hab meine Badehose nicht bei. Weißt du, wo der Hauptbahnhof ist? Der Hauptbahnhof? Ja. Der fahr doch erst mal mit dem Berliner Platz zum Hauptbahnhof rüber. Entschuldigung? Berliner Platz? Der Hauptbahnhof. Ja, man kann von der Ausweiter. Also ich wollte ja nicht laufen. Ja, aber das Schlaueste ist, wenn du mit dem Berliner Platz weiter fährst. Wenn du das ab und zu mit dem VPN-Spark ist, ja. Ja, hör mal. Ich konnte nur für gewisse Seiten. Entschuldigung. Stefan, können wir ein Foto bitte machen? Ja, kann man. Oh mein Gott. Alles gut. Wir müssen mal so was Geiles zu integrieren werden. Das können wir gerne mal irgendwann machen. Guck mal, wie wir füllen uns da hin, wenn der mal da schaut. Wir wollen einfach ein bisschen Leute zu lachen bringen. Ist okay, wenn ihr dabei seid? Ja. Lebt, Mann. Hätte mir auch zugeschaut, dass das so einer ist, der Nein sagt. Geht's noch? Ich hab ne Freundin, okay? Ich sehe auch so oft. Entschuldigung just means like sorry, excuse me. Like this, you know. We just want to collect some funny reactions. Warte mal, was ist jetzt so? Ne, lauter. Junge, sie kennt ihn? Ich bin gesperrt. Gut. Wunderschöne. Dankeschön. Tschüss. Ja klar, gerne. Wir filmen da hinten mit versteckter Kamera. Was ist denn? Wir machen so lustige Videos, ey. Warte? Danke, danke. Wir filmen uns da hinten. Genau, da, schaut. Ne? Wieder ein gutes Video. Ich muss sagen, ich finde es sowieso, weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich sehe das so, ich fände es geiler, wenn die Videos nicht jedes Mal die gleiche Verarsche sind, sondern wenn er halt immer was anderes macht. Jeder Clip ist quasi so wie Comedy Street. Jeder Clip ist so ein neuer Prank. So.